Die Käthe und Reibräder müssen die gleiche Geschwindigkeit haben, damit das Boot, das durch die Reibräder zu der Käthe gefördert wird, auch sauber einhackt, ohne einen Schlag. Euro mir. Euro moi. Was hat der Franzose auf der Achterbahn geschrien? Oui. Wusstest du das? Hä? Nee, ich wusste das nicht. Oh mein Gott. Eine Frau, die er gehabt hat, ich weiß nur eins. Es war Doro Diamant. Ob er danach noch andere Frauen angefasst hat, das weiß ich nicht. Also Thomas, nimm A. Doro Diamant. Thomas, das ist richtig. Auf jeden Fall, ich liebe Colorado, die beste Holzachterbahn, die es gibt. Besser als Kolosser. Und wie ich gesagt habe, es gibt gute Hilderbrötchen im französischen Themenbereich. Das werde ich jetzt mal mir zum Frühstück gönnen. So, das ist ein Mond im Universum des Saturns. Also, das ist nicht cool und schwer. Tre? Schnell war die Höhe. Ich war die Höhe. Ich war die Höhe. ScheANDern. So, das ist nicht cool.